Frage Wie erhielt Petrus das Geld, um für sich und Jesus die Tempelsteuer in Kafarnaum zu bezahlen? Antwort Jesus sagte zu ihm, Geh an den See, wirf die Angel aus und den ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm das Maul und du wirst ein Vierdrachmenstück finden. Von der Freiheit der Söhne und der Pflicht zur Tempelsteuer Als Jesus und die Jünger nach Kafarnaum kamen, traten jene, welche die Doppeldrachme einzogen, zu Petrus und fragten, zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht? Er antwortete, doch. Als er dann ins Haus hineinging, kam ihm Jesus mit der Frage zuvor, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Welt Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Als Petrus antwortete, von den anderen, sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne frei. Damit wir aber bei ihnen keinen Anstoß erregen, geh an den See, wirf die Angel aus und den ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm das Maul und du wirst ein Vierdrachmenstück finden. Das gib ihnen als Steuer für mich und für dich. Das gib ihnen als Steuer für mich. Das gib ihnen als Steuer für mich. Das gib ihnen als Steuer für mich. Ich bin der Jerry da. Ich bin der Jerry da noch unter Dobe. Ich bin ein bisschen letzt. Ich bin der Jerry da.